Hallo liebe Gartenfreunde, heute zeige ich euch, was in keinem Garten fehlen darf, was zur Grundausstattung eines jeden Hobbygärtners dazugehört. Da fangen wir mal an mit der Gießkanne. Die ist gerade im Sommer wichtig, damit die Pflanzen auch Wasser bekommen. Dann braucht ihr natürlich Blumenerde, um eure Pflanzen einzupflanzen. Da gibt es auch immer verschiedene Sorten. Um euren Garten zu bearbeiten, sind natürlich die ganzen Werkzeuge vorteilhaft. Auf jeden Fall braucht ihr eine kleine Hacke, eine Plattschaufel, um etwas einzupflanzen, aber auch einen Unkrautstecher, um verschiedene Sachen zu entfernen wieder. Wenn es in Fugen drinnen hockt, gibt es die Fugenkratzer. Und was immer praktisch ist, ist ein Perle Handschuhe. Da gibt es auch verschiedene Größen, einfach wenn man ein bisschen was Dorniges, Spitziges hat, damit man da seine Hände schützt. Um dann den Garten ein bisschen umzugraben, ist auf jeden Fall ein Spatenvorteilhaft. Oder aber auch eine Grabgabel, die beschädigt dann nicht die Wurzeln von den Pflanzen. Genau, und diese ganzen tollen Produkte hier kommen aus dem Schwarzwald von der Firma SAW. Und das gibt es bei Seifen Reinhard in Heilbronn.